So, wir arbeiten mal die Welt. Und ich glaube, wir fliegen am nächsten Land, wir brauchen... Wo hier und die Fähigkeit auf die Wienbauer braucht, 11,000 Pätschüs und diese Welt zu erweitern möchte, die dieses Kapital-Präsidenten arbeiten. Ja, bitte, 23 Minuten. Aber alle können einen Haufen ab und gehen. Ich weiß nicht, wie lange die Pläne Mikrofon schon wieder aus was steht. Wir kommen im wundervollen Erweiterten Kapital-Casino. Also, viel Spaß mit unseren betrügerischen Spielen. So, ich drück mal kurz, ich hoffe es auch. Oh, ja. Was aufschreiben? Ja, deswegen, Mike, gucke hier. Ah, jetzt sind die Spiele fertig. Die vor einer Baustelle waren. Geil. Ah, cool. So, A8. Mike. Check. Ähm, ich werde das jetzt mal beobachten. Ich bin nicht so cool. Ich bin vertrau für die Pfersage, die den Staten oder so. Zeig. Im Moment haben wir uns viermal. Das ist doch gemacht. Ähm. So, das ist aber auch schon wieder. Gibt das von mir zu. Im Grunde. G Sac. Aber, das ist ein bisschen nervig. Was verletzt wird? Aber, das bleibt uns schon wieder. und da oben scheint es aber auch auszugehen und das heißt nur eine Hose auf dem Kopf Kollege was ich glaube wir haben das schon gemacht oder wir haben das schon gemacht dann wieder ablenken ich wollte hier rein und die die Mieter genügend 6 Stromnetz und wieder was liegt hier Dankeschön Die Musik ist geil hier drin. Gefällt mir echt gut. Okay, ja, ja, das war die Fehler dahinter. Genau deswegen habe ich das gemacht, um zu kontrollieren über Fehler. Und aus keinem anderen Grund. Können wir uns eigentlich mal holen? Wenn wir schon die Federn einsam werden. Und dann wird das gar nicht mehr so viele brauchen. Da haben wir jetzt 3 oder 22 Federn. Wir haben nur eine Welt. Und ich vermute mal, das gibt es auch nur eine Fähigkeit. Und wenn die nicht extrem teuer ist. Oh, Grafik. Da haben wir schon die nächste. Okay. So, dann hätten wir hier die Tür offen. Wir gucken aber erstmal unten da auch ein Knopf. So, was ist dieser Knopf? Ja, sollen wir ihn treffen? Ah, der Knopf macht... Ah, okay. Da gibt es keine Fehler. Also kann ich das jetzt gleich beim ersten Mal im Fach schaffen. Ist ja super easy. Wir sollten vielleicht mal die... Hä? Dann kann ich nicht abbrechen. Okay, so viel zum Thema super easy. Wir schaffen den niemanden richtig einen Knopf. Alter, hä? Welche Tasse war denn das jetzt? Ist ja doof? Wir haben da zuerst wollen. Äh, Mann. Das hat super funktioniert. Ich bin mir sicher, das war den Traum. Ja. Ja, die laune gewollt. Es hat super funktioniert. Ich bin mir sicher, das war der Traum. die hat sich gerade nicht ganz so mit dem den schnellen Emotionen mit dem Fick zu haben und ruckeln jetzt bin ich aber egal wir müssen hier hoch und das machen die Teilnehmer in der Mitte in Strom zu landen und aber natürlich die Pferde mitzunehmen und da werden wir auch schon mit einer neuen Münze belohnen okay, wir müssen wieder rollen so machen wir das auch schon äh, Kamera? Danke! ok, wir müssen springen ok, wir müssen sehr schnell springen so 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 mal noch länger werden aber dann hat der bauer gemerkt das geht ja gar nicht und wir machen wie das falsche aber egal ab nach unten so viele tricks inzwischen die er drauf hat ständig kommt das ruckeln vorbei ist und ganz locker ganz locker ja zack zack mal zwei zack mal zwei zack mal zwei zack mal zwei zack mal ich muss jetzt alle paar sekunden rüber guckt ob das mike auch aufgenommen wird ich habe keine ahnung wieviel jetzt fehlt das zu beleidigend zwischendurch stundenlang ruhe war wir haben zu viel gemacht zum beispiel jetzt auch nichts neues wir haben jetzt ein neues mini spiel was passiert wenn ich da drücke was passiert denn da ich sehe gar nicht was da passiert ach so er bleibt dann stehen da bewegte ich doch aber noch kommen wollen rein und dann muss auch schon geschafft okay ich habe keine ahnung was wir jetzt hier gemacht haben aber wir haben ganz viele kaschino münchen wir schon sieben bätschen haben wir noch ganz simpel und dann was sie und rex und dann seite noch was gibt es noch und dann irgendwo 4 4 er muss in den die Felder die wir abschließen müssen wenn er schlecht die da oben sind, dann guckt man ja nicht ran. Hä? Wird er vielleicht das kaputt machen? Oh nein, guck mal. Wollen wir die wieder rausziehen? Oh, wir müssen unsere Treppe basteln. Meine Güte, wer macht denn so einen Blödsinn? So, das muss ich auch mal überlegen. Ähm, das war... Auf jeden Fall... Dr. Crack. Und habe rot, grün, gelb. Rot, grün... ...gelb. Jawohl. Moment. Ähm, geht so von weiter. Ähm, wir müssen uns wieder hochbauen, sehe ich das richtig? Ähm... grün-rot-quark-lila-dextro... grün-rot-quark-lila-dextro... ...grün-rot-quark-lila-dextro... ok. Grün, Rot, Quark, Lila, Dexter. 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 So, hier ist es ganz einfach, hier muss man uns nur beeilen. Rot, Grün, Blau. Wo ist ein Rot? Grün und Blau. Dankeschön. Und noch eine Münze. Gute. 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 Das ist eine große Rolle. Gute. Gute. ich dachte ich kann landen exo ist wiederholt blau ich kann das auch von oben sehen ich kann nur einfach schummeln textro villa grotte blau okay k 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 meiner in fuck kr kr k k kr 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 ich will einen sammeln Dankeschön haben wir das auch hier müssen wir uns verwandeln können wir eigentlich Steimer machen wir gucken wo es war die doch eigentlich nur aus der Richtung gekommen oder genau genau da waren wir gar nicht drin ja Dankeschön Naja ich bin mir jetzt noch mal eine Erklärung dort war nur die eingeholt die wir schon verpasst haben wir wollen das haben wir ja schon gemacht nach vorne die so und dann haben wir hier lang gelaufen und da hinten in der Ecke müsste dann genau das ist doch schon das haben wir gemacht das das haben wir schon gemacht das 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 und das machen die die in der Haftung als viele Münzen das alles Casino Münzen Dann könnten wir uns ja aber austoben. Ja, okay. Ja, wir können nur reißen, dass wir da drauf kommen. Ach, so, gott, warten. Einmal ein Stück trinken. Wenn ich so weit weg gehen, dass es runter kommt, ey. Na gut. So, okay. Wo wir uns hier gleich wieder unsichtbar machen. Dann müssen wir einen Laserstrahl reinmachen. Oh, ja, Mann. Oh, ja. Nimm mal später mit. Ja, komm her. Wenn das ist, ist das ziemlich doof. Oh, ja. Oh, warst du das schon? Hm. Kurz gebustet. Nein. Ja, ihr drauf. So. Ah, der war es schon. Yeah. Ja, wenn das so weiter geht, schaffen wir sogar noch 10 PTs. Alter, das wäre ja krass. So, was haben wir denn noch so? Was war das? Weil, da ist das nicht so ein Schiff. Oh, ja. Ja, das habe ich schon gemacht. Oh, ja. Das ist, äh, 3.000 Versuche. Ich werde ja auch noch ein Bild, das weiß ich. Ähm, hier geht es auch noch rein, genau. Puh, ein Herzchen und Techno-Mucke, für nichts. Oh, komm, 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 komm. Denzflog ja oder was? ich kann die nicht mehr so einsammeln ja der war wieder falsch in der erstrolle das ich habe es zu lange bis er den ausfährt so die geben wir noch mit, achso die Münze doch mal soll ich nicht vergessen was schon es gibt noch eine ach ok ok wo uns hinstellen und wenn das Stocken vorbei ist und dann geht es auch schon los ah die bewegt sich die ganze Zeit ok und tut noch was mal ach kommt schon ich bin da links danke wir sind natürlich los bevor sie ganz ordnen ach man jetzt oh das ist der Rote gegen den Kümmern auch gleich kämpfen zuerst wo man dafür nur Platz haben gegen den zu schenken ha ja was ist denn los Kollege komm schon was ist denn los komm lieber mit mir so da fehlt ja auch da ist noch einer geil was stehst du hier in der Ecke rum ja ja so so und wieder was gibt nein gibt's nicht ja das war ja so klar dass wenn wir los machen ja wieder blöde scheiße genau danke 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 ein Geschenk für mich, ne? Ah, kein Geschenk. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Würde ich jetzt immer so um ganze Zeit behaupten. Ja, ach, Mann. Oh, doch drei, hallo, hallo, hallo. Oh, das war's schon. Mir gefällt die Musik. Geil. Geht's schon was? Ah, geht's schon. So. Ja, ja, ja. Ich würde das ganz kaputt machen, ohne runterzuholen. Ach, ja, ja, komm, was denn jetzt hier? Okay, gut, 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 gut. Aber kein paar Tage sind. Das gehört noch! Nein, das gehört noch! Aber natürlich ist es gar nicht zu langer Zeit, dass es sich immer befindet, dass die Militär geschah. Das geht doch nicht! Mal, aber es sieht so aus. musik das haben wir auch schon gemacht hier ist noch so ein spiel von dem ich verstehe wie es funktioniert ich glaube uns fehlt eine münze ich glaube wir kriegen hier fünf wenn wir hier fünf kriegt dann fehlt uns eine auch bitte nicht das wäre die hölle auf ehren so jetzt muss ich aber auch was machen denn hey so ich ziehe jetzt hier dran was ist denn jetzt passiert ich habe überhaupt keinen plan was da passiert hätte ich gesagt aber es ist mir egal preis schon gut sind das sechs und zwei vier fünf sechs jahre das heißt es geht auf jeden wir haben noch stellen wo wir nicht wagen und die weiß sechs haben wir ja schon gemacht hier geht es noch mal rein und dann müssen wir da hinten noch da hoch war mir nämlich auch noch nicht ich habe das jedes mal gesehen aber ich wollte jetzt mit dem heli nicht einfach hochfliegen weil ich mir dachte wir machen wieder irgendwas wo und die aufgabe sind wir nun im weg wieder verkehrt herum laserrisiko ach komm schon ja schimpft von der hausse james exer ach man ach du hast doch mal die nase potzen ach du hast doch mal die nase potzen ach du hätt die nase die ganze zeit sorry geht gleich weiter schimpft von der hausse james exer schimpft von der hausse james exer schimpft von der hausse james exer